So liebe Leute, da ist er wieder. Gestern mal ein bisschen Pause gemacht, angekommen sozusagen und ein bisschen mal Pool und Haus gemacht und heute ging es schon wieder weiter mit 18 Tonnen Wäsche, Waschen und bla bla, Handtücher, ETC, knack knack und naja, da habe ich irgendwie bloß zwei Schlupfer benutzt, ansonsten habe ich bloß Badehose getragen und ansonsten ist heute kein Fußball. Also ich spiele heute kein Fußball, wir sind zu wenige, weil viele Leute sind im Stadion, weil heute spielt nämlich unser FCM gegen Frankfurt im DFB-Pokal und ja, das werde ich mir dann heute Abend auch zu Genüge führen, zu Gemüte führen. Guckst du mit eigentlich? Lotti, guckst du heute Abend mit mir Fußball? Nein, du scheißt wieder los. Das sind Emotionen, so ist es normal. Kleiner Nachtrag, man guckt zwei Sekunden mal nicht hin. Herr Lucky? Nee, nee, man sieht dich kaum, alles gut. Hallo Schatzi, na, hast du mich vermisst? Hast du mich vermisst? Unheimlich, ich kann mich kaum halten vor Freude. Ich drück doch mal zur Seite hier. Hallo Lucky. Siehst du, das, 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 da, das, da, da. Und bei mir? Ja. Mio, Jo, ja, hallo, wie war dein heute? Wow? Ja, was schön? Was, was? Ja, was schön? So Leute, Abendessenzeit, es gibt Senüge. Ja, und ansonsten, ja, was steht noch an? Fußball gucken, hatte ich noch nicht mehr erzählt. Und jetzt auf jeden Fall erstmal Abendessen, dann Fußball gucken. Und ja, ich freu mich. Schönen wir dann auch. Was gibt's bei euch eigentlich? Macht ihr was Schönes heute? Grillt ihr? Oder weißt du wie? Ja.